Genau hier. Das wird gehen. Eins, drei in Position und bereit. Over. Sie stecken bei der Mauer fest. Rechte Seite vom Pausenhof. Eine Wache arbeitet da an. Eine Generale auf der Strasse. Rückt vor. Nehmt die Ecke links und bringt uns durch. Gebiet ist sicher. Vergesst das. Scheinwerfer. Fahrzeug kommt auf euch zu. Alles okay. Rücken weiter vor. Sub-Thermobil zeigt zwei Apartments im Erdgeschoss mit vermehrter Aktivität. Nehmen uns zuerst das linke vor. Merkowitsch. Nimm einen Mangoglatt draußen. Gebt uns Deckung. Kennung 1-1. Verstanden? Verstanden. Brechen gleich auf. Halte Blindgranaten bereit. Los, 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 los. 1-3. Hier, 1-1. Habt ihr Sichtkontakt? Wir sehen hier unten rein gar nichts. Verstanden. Wir geben euch Deckung. Rechte Seite. Erdgeschoss. Lehmt. Verstanden. Verstanden, wir geben euch Fangs. Erlebt. Position 1 ist sicher. Rücken vor zur Position 2. 12 Uhr. Obere Stockwarte. Drausen. Nächstes Ziel. Lendgranaten bereit. Los, los, los. Scheiße, das war knapp. Schütze unten rechts. Giebeldach. Sissi. Zum nächsten Mal. Schnell. Schütze unten. Es ist das. Was ist das? 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 Was ist das?